Kapitel 28 Auf dem Weg Severus fühlte sich geredert, als er am nächsten Morgen erwachte. Die Ereignisse des letzten Tages hatten ihn nicht mehr losgelassen und ihn auch in seinen Träumen verfolgt. Kurz nachdem die Jungen im Bett verschwunden waren, war Remus im Männer angekommen. Auch ihn hatte der Tränkemeister eingeweiht und auch er war zutiefst schockiert. Der Werwerf wusste nicht, wie er mit der Situation nun umgehen sollte. Aber wer wusste das schon? Severus sah neben sich und musste lächeln. Regalisch schlief noch. Der Lehrer wusste nicht, wie er das alles ohne den jungen Heiler überstanden hätte. Ihn heute bis zu den Weihnachtsferien verlassen zu müssen, tat ihm mehr weh, als er gedacht hatte. Sanft küsste er den Mann neben sich auf den Mund und dann immer weiter die nackte Brust hinab. Von dem anderen kam nur ein wohliges Stöhnen. Wir müssen aufstehen, raunte der Tränkemeister und unterbrach seinen Ton. Er lag es ja, nicht jetzt aufzuhören. Presse der Bleck hervor und verwickelte den Älteren in einen leidenschaftlichen Kuss. Na, eine halbe Stunde haben wir vielleicht noch. Keuchte Severus zwischen den Küssen. Länger brauche ich auch nicht. Schnarrte Regalisch und presste sich enger an den Lehrer. Eine Stunde später stand Regalisch vor Harrys Zimmer. Severus war schon zum Frühstück gegangen und hatte es seinem Partner überlassen, den Teenager aus dem Bett zu werfen. Oder besser gesagt, die Teenager. Lucius, welchen der Heiler auf dem Flur getroffen hatte, hatte ihm mitgeteilt, dass Draco nicht in seinem Zimmer war und auch sonst nicht aufzufinden. Leise öffnete der Bleck die Tür zum Zimmer seines Patenkindes. Die Jungen lagen eng zusammen im Bett von Harry. Regalisch musste grinsen, dass die beiden viel mehr waren als nur Freunde, ahnt er. Doch er hatte das Gefühl, dass die Jungen mit der ganzen Situation noch etwas überfordert waren. Mit schnellen Schritten ging er auf das Bett zu und zog den Schlafenden in einer fließenden Bewegung die Bettdecke weg. Aufstehen, Jungs! Erster Schultag! Hopp, hopp, hopp! Sonst gibt's Ärger von euren Vätern. Und das Zähneputzen nicht vergesse... Flütete der junge Heiler und verließ das Zimmer hastig wieder. Hey Merlin, Potter! Deine Stiefmutter ist eine echte Plage! Stürnte Draco und im nächsten Moment platzte ihm aus dem Nichts ein schweigkaltes Wasser über den Kopf. Erschrocken und keuchend setzte er sich auf. Das habe ich gehört! Schallte es vom Flur. Auch Harry war nun hellwach. Immerhin hatte auch er eine ordentliche Ladung Wasser abbekommen. Dann sollten wir wohl aufstehen. Nicht, dass Drake noch was anderes einfällt. Sagte er und schälte sich aus dem nassen Bett. Er zog sein triefendes Pyjama-Oberteil aus, griff sich neue Sachen und verschwand im Bad. Fluchend stand nun auch Draco auf und sah dem anderen hinterher. Das Kribbeln in seinem Körper, wann immer er mit Harry zusammen war, machte ihn beinahe wahnsinnig. Kopfschüttelnd und nass bis auf die Unterhose verließ er das Zimmer und trottete in sein eigenes, um sich für das Frühstück anzuziehen. Eine halbe Stunde später war es Harry, der als erster von dem Esszimmer erschien. Im Bad war er schnell fertig, aber er tat sich schwer mit der Ausfahr seiner Kleidung. Zwar hatte er in den beinahe drei Wochen seiner Rettung zugenommen, trotzdem war er noch unglaublich dünn. Immerhin hatte er durch die schwere Arbeit bei den Dursleys Muskeln, aber insgesamt konnte das seine Unterernährung kaum verstecken. Bisher war es nie jemandem aufgefallen, da die viel zu großen Sachen von Dudley alles versteckt hatten. So dünn fühlte er sich einfach nicht wohl. Bei den Malfoys seinem Vater und Regulars war es ihm nicht so wichtig, was er trug, aber seine Mitschüler sollten nicht gleich sehen, wie er gelitten hatte. Heute hat er sich für eine enge schwarze Stoffhose entschieden, da seine anderen Hosen bereits alle im Koffer waren. Darüber trug er ein graues, weites T-Shirt und darüber noch ein schwarzes, weites Hemd, welches er sich aus dem Kleiderschrank seines Vaters geholt hatte. Trotz der sehr engen Hosen fühlte er sich so nicht ganz nackt. Als er das Esszimmer betrat, wartete eine Überraschung auf ihn. »Remus!« rief er freudestrahlend. Der Wehrwolf stand von seinem Frühstück auf und zog den Jungen in seine Arme. Harry ahnte, dass der Honigblonde Bescheid wusste. Es war der Blick, den er ihm zugeworfen hatte, und die Umarmung, die fester war als sonst. »Seit wann bist du hier? Bringst du mich zum Bahnhof?« »Ich kam gestern Abend, sehr spät. Zum Glück sind Männer immer irgendwo ein Zimmer frei. Ja, ich werde dich bringen, allerdings übergebe ich dich im Bahnhof an die Weasleys. Für Außenstehende soll es so aussehen wie immer.« »Ich muss schon sagen, du siehst gut aus. Wie geht's dir?« So sehr sich Remus bemühte, er konnte den besorgten Unterton nicht ablegen. »Alles gut, Remus. Mach dir bitte keine Sorgen,« sagte der Gryffindor mit einem schnellen Blick zu seinem Vater, welcher neben Regulus, Narzissa und Lucius am Tisch saß. Sekunden später stellte ein abgelster Draco im Zimmer. Er sah überrascht zu Lupin, welcher noch immer mit Harry mitten im Raum stand. »Oh, Professor Lupin, sieh hier!« Der Slytherin sah schnell zu Harry, der ihn angrenzte. »Mr. Malfoy, ich bin nicht mehr Lehrer. Nennen Sie mich ruhig Remus.« Draco nickte. »Draco,« sagte er schnell und reichte dem Mann die Hand. Dieser setzte sich nun zufrieden wieder an den Tisch. Bevor sich Harry neben ihn setzen konnte, musterte sein Vater ihn aufmerksam. »Sag mal, ist das mein Hemd?« Wollte er wissen. »Ähm, ja, ich suchte etwas zum Überziehen, das, naja, etwas größer ist. In den engen Sachen fühle ich mich nicht so wohl, solange ich, also solange ich noch so dünn bin.« Verlegen fuhr sich der Teenager durch die Haare. »Schön gut, behalte es ruhig,« sagte Serous lächelnd. »Ja, Kleiner, behalte es. Keine Ahnung, weil dein Vater weiß, dass das sein Hemd ist. Davon hat er sicher ein Dutzend im Schrank.« Der junge Black grinste seinen Partner frech an. »Nicht so frech, sonst ziehe ich die Hemden auch im Bett an.« »Okay, gewonnen.« Gelächter brach am Tisch aus. Lachend beobachtete Remus Lupin den Tränkemeister und seinen Partner. Erst seit dem letzten Abend wusste er von dem jungen Black und seiner Beziehung zu Severus. Dass Regulus noch lebte, überraschte ihn gar nicht mal so sehr, aber dass Serous Bruder ausgerechnet mit Snape eine Beziehung führte, war dann doch verwunderlich. Doch der Wehrwurf war der Meinung, dass es nicht nur Harry war, der den Tränkemeister verändert hatte. Es war auch der Heiler mit den tiefdunklen Augen. Das restliche Frühstück verlief ruhig. Regulus beobachtete die beiden Jungen genau. Man sah ihnen deutlich an, dass es ihnen schwerfiel, Milf von Männer heute zu verlassen. Immer wieder warfen sich die beiden verstohlene Blicke zu. »Wir sollten langsam los«, sagte Remus mit Blick auf die große Standuhr. »Schon? Es ist doch jetzt zehn Uhr!« Draco hatte schon wieder das Gefühl, jemand hätte ihn mit kaltem Wasser übergossen. »Es ist besser so, Draco. So ist Harry schon früh am Zug, ohne dass ihn allzu viele Menschen sehen.« Er zerstrich ihrem Sohn mitfielend über den Rücken. »Die Weasles erwarten uns um kurz vor halb elf im Bahnhof.« Auffordernd sah der Wehrwuch zu dem Gryffindor, welcher tiefsäufend aufstand. »Ich gehe mal meine Sachen holen«, sagte er und schlich aus dem Raum. »Harry, warte, ich helfe dir!« Draco wandte sich aus dem Griff seiner Mutter und folgte dem Dunkelhaarigen. Noch einmal sah er zu Regulus und der Heiler konnte deutlich Tränen in den Augen des Lysons schwimmen sehen. Die fünf Erwachsenen tauschten besorgte Blicke. »Was ist das da zwischen den beiden?« »Es ist fast so, als seien sie...« Verwurzert Lupin in die Runde. »Brüder«, sagte der junge Bleck nun. »Nein. Sie sind viel mehr, aber sie können das alles noch nicht wirklich einordnen. Draco hat Harry das Leben gerettet und seine Freundschaft ist wohl das Beste, was dem Jungen passieren konnte. Und nun sollen sie sich wieder trennen und sich ignorieren? »Ich denke, du verstehst, wie schwer das ist.« Remus nickte. Er konnte mit der Andeutung von Regulus nicht viel anfangen, aber auch er sah deutlich, dass die beiden Jungen sehr viel mehr verbannt als bloße Freundschaft. Langsam erhoben sich nun die Erwachsenen und traten in die Eingangshalle. Harry und Draco standen bereits dort. Seinen Koffer hatte der Gryffindor vor sich abgestellt. Draco stand mit den Händen in den Hosentaschen hinter ihm und starrte auf den Boden. »Na, Draco, nun schau mal nicht so. Ihr seht euch doch jeden Tag. Seffelt schon dafür sorgen, dass ihr euch auch mal unterhalten könnt.« Aufmuntert hatte der Bleck dem Jungen eine Hand auf die Schulter gelegt. Der Tränkemeister nickte kurz, als er den hoffnungsvollen Blick seines Sohnes und seines Patenkindens auffing. Harry trat nun zu Narcissa und Lucius Malford und umarmte die beiden nach kurzem Zögern. »Danke für alles. Und wir sehen uns an Weihnachten.« In der Stimme des Jungen lag schon fast etwas Flehendes. Das Malford'sche Familien überhaupt lächelte ihm zu. »Natürlich, Harry. Du gehörst zur Familie. Wir sehen uns. Pass auf dich auf.« »Mach keinen Blödsinn und versprich es mir.« Die Heilerin drückte den Gryffindor einen Kuss auf die Stirn und sah ihn ernst an. Tränen schimmerten in ihren Augen. »Keine Sorge, mach ich nicht.« Langsam löste sich Harry von den Malfors und ging zu Regulus. Der junge Heiler lächelte gequält. Der Junge ging auf den Mann zu und schlang seine Arme um ihn. Er konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Für ihn war Sirius Bruder zu einem zweiten Vater geworden. Er war immer für ihn da und schien immer zu wissen, was er gerade dachte. Ihn bis Weihnachten zu verlassen, tat ihm genauso weh wie seinem Vater. Der Heiler strich ihm über die dunklen Haare. Eine einzelne Träne ran über seine Wange. »Hey, Kleiner, komm schon. Das ist doch kein Abschied für immer. Die Zeit bis Weihnachten vergeht schneller, als du denkst.« Er schob den Jungen etwas von sich weg, um ihm in die smaraggrünen Augen zu schauen. »Und denk an deinen Anhänger, okay?« Harry fasste an die Kette mit dem Anhänger, der einen Löwen und eine Schlange zeigte, und nickte nun lächelnd. Sein Vater trat zu ihm und sah ihn aufmunternd an. »Und wir sehen uns heute Abend. Wenn die anderen Schüler in ihre Gemeinschaftsräume gehen, dann bleib einfach sitzen. Ich hol dich dann.« Wieder nickte Harry und sah zu Draco, der neben seinen Eltern stand. Eilig ging der Griffende auf den Blonden zu und zog ihn in eine schnelle Umarmung. Der Slyssin schluckte kurz und lächelte dann. »Wir sehen uns, Potter.« Remus Lupin hatte die Verabschiedung von der Eingangstür aus beobachtet. Er erkannte, dass Harry zum ersten Mal im Leben eine wirkliche Familie gefunden hatte. Die Malfoys, Cerroes und Regulus, sie waren es mehr als die Weasleys. Sie hatten den Jungen aus einem elenden Leben gerettet und ihm geholfen, wieder zu etwas wie Glück zu finden. Dankbar nickte der Wehrwurf nun in die Runde, verkleinerte Harrys Koffer und trat mit dem Jungen nach draußen. Schweigend liefen sie bis zum Apparierpunkt im Park. Der Griffendeur starrte vor sich hin und wäre fast in Lupin hineingelaufen. »Alles klar?« Besaucht sah dieser zu dem Jungen. »Ja, alles okay. Ich mag Abschiede nur nicht.« »Ja, verstehe ich.« »Wenn du soweit bist, dann halt dich fest.« Harry griff nach der Robe des Mannes und dieser legte seinen Arm um ihn. Sekunden später waren sie desappariert. Nachdem der Schwindel wieder nachgelassen hatte, spürte Harry festen Boden unter seinen Füßen. Der Geruch nach Rosen und Gras war demnach Autoabgasen gewichen. Remus und er standen in einer kleinen Seitengasse, wenige Meter von King's Cross entfernt. Der Wehrwopf sah sich um, während er den Griffendur nicht losließ. »Komm schnell. Ich möchte, dass uns so wenig Menschen wie möglich sehen.« Er führte den Jungen durch einen Seiteneingang in das beeindruckende Bahnhofsgebäude. Harry erinnerte sich gern an das erste Mal, als er hier stand. Die vielen Menschen, das Gewühl und die Geräusche hatten ihn damals völlig überfordert. Seit diesem Tag bedeutete der Bahnhof aber auch Freiheit und Sicherheit für ihn. Wenn er hier war, kehrte er zurück nach Hause. Auch heute spürte er die übliche Nervosität, doch an diesem Tag waren es andere Dinge, die dazu führten, dass Harry das Gefühl hatte, sich jeden Moment übergeben zu müssen. Seine Angst davor, wie seine Mitschüler auf die Ereignisse im Sommer reagieren würden, ließen ihn panisch werden. Er begann flach zu atmen und in seinen Ohren rauschte es. Harry versuchte, sich an die Entspannungstechniken zu erinnern, welche ihm Regulus beigebracht hatte, um sich im Falle einer Panikattacke selber helfen zu können. Er schloss die Augen und stellte sich dem See im Park des Männers vor. Er atmete tief ein und rauch Hosen. Er sah Dracos Lachen und rauch Kräuter. Das Rauschen wurde weniger. Er atmete wieder ruhiger. Plötzlich spürte er die schützende Hand des Wehrwuchs auf seinem Gesicht. Der Mann sah ihn mit tiefen Sorgenfalten an. Er ist alles in Ordnung, Harry, und du bist ziemlich blass. Keine Angst, es passiert dir nichts. Die Tür ist verriegelt. Wir warten jetzt hier, bis die Weasleys kommen. Die beruhigende Stimme seines ehemaligen Lehrers half dem anderen, sich aus seiner Panik zu lösen. Er sah sich um. Remus hatte ihn in eine kleine Wartehalle geführt, mit der einige Sitzgelegenheiten und ein Getränkeautomat standen. Sanft boksierte der ältere Harry nun auf einen der Bänke. Und das war eine Panikattacke, oder? Sorge lag in der Stimme von Remus. Harry rieb sich die Augen und nickte dann resigniert. Hey, das muss dir nicht peinlich sein. Weißt du, ich kenne das auch. Die Nacht. Also, sie macht mir noch immer Angst. Es ist irrational, aber sie ist da. Du kannst stolz auf dich sein. Du hast es geschafft, dich selber aus der Panik zu befreien. Es wird besser. Ja, das sagt er jetzt auch. Ich frag mich nur wann. Harry sah zu dem Wehrwurf auf. Dieser strich ihm sanft über die dunklen Haare und lächelte. Halt, glaub mir. Du hast jetzt eine Familie. Eine Walle sah Remus Harry stumm an. Dann sprach er weiter. Du bist glücklich, oder? Nun begann die Augen des Jungen zu leuchten und er nickte. Gut. Ich. Ich, also Harry, es tut mir leid. Ich hätte dir viel früher helfen müssen. Sirius, ich meine es. Der Wehrwurf brach ab und atmet sich tief durch. Schon gut, Remus. Es ist nicht deine Schuld. Mir geht's jetzt gut, wirklich. Und, Dad, also meinst du, James hätte es verstanden? Lupin nickte lächelnd und sah dem Jungen tief in die Augen. Harry, James wäre mächtig stolz auf dich, genau wie Lily. Sie würden das Beste für dich wollen. Ja, James und Severus hatten ihre Probleme als Kinder, aber wenn James wüsste, was Severus alles für dich getan hat. Snape war für dich da, als du am dringendsten jemanden gebraucht hast. Und nun hat er sich entschieden, immer an deiner Seite zu sein. Ich denke, James würde sich sogar dazu herablassen, ihn zu umarmen. Auch wenn er es, wenn er hier wäre, vehement abstreiten würde. Remus und Harry lachten gelöst, bis es an der Tür klopfte. Der Werwopf legte dir einen Finger auf die Lippen und bedeutete, Harry so leise zu sein. Dann zog er seinen Zauberstab und ging zur Tür. Wer ist da? Fragte er. Wir sind es Remus, nun mach schon auf. Klang die Stimme von Arthur Weasley von draußen. Welche Symbole sind auf Harrys Kettenanhänger? Fragte Lupin. Ist das dein Ernst? Na schön, ein Löwe und eine Schlange, er hat die Kette von Narcissa Melfall bekommen. Reicht das? Arthas Stimme klang inzwischen genervt. Grinsen öffnete der Honigblonde die Tür und ließ die Weasleys mit Hermine eintreten. Sofort lief Harry auf seine Freunde zu und umarmte sie. Schön, euch zu sehen. Hallo, Hedwig. Auf Hermines Gepäckwagen thronte ein Käfig mit Harry's Schneeule darin. Das Tier schuhute freundlich und schmiegte sich an den Finger des Jungen. Arthur schloss die Tür wieder. Erst jetzt sah der Gryffindor, dass noch ein weiterer Mann hinter den Weasles in die Wartehalle getreten war. Den großen jungen Mann mit den langen roten Haaren, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren und dem Drachenzahnohrring hatte Harry schon einmal gesehen. Oh, hallo Bill, begrüßte er den Neuankömmling. Hey Harry, ich dachte, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch mit zum Bahnhof kommen. Wie ich sehe, hast du dich von meiner Frisur inspirieren lassen, sagte der Rothaarig und zeigte grinsend auf Harry's lange Haare, die er heute offen trug. Oh, Harry, geht es dir gut? Isst du genug? Ohne ihren Ältesten weiter zu beachten, drängte sich Molly Weasley an ihm vorbei und zog Harry in ihre Arme. Ron und Ginny rollten gleichzeitig mit den Augen. Danke, Mrs. Weasley, mir geht's gut, wirklich. Die Frau ließ ihn los und lächelte. Schnell wandte sich Harry wieder an Bill. Ähm, Bill, wie geht's dir so? Der Gryffindor fing den Blick von Molly auf, die ihre Lippen zu einer schmalen Linie verzog. Auch Bill war das nicht entgangen. Gut, danke. Und auch wenn Mom, noch nicht ganz, sagen wir, überzeugt ist, ich werde nächstes Jahr heiraten. Fleur de la Cour, du kennst sie. Schnell nickte Harry. Er wusste, dass sich Bill und die junge Frau bei der letzten Aufgabe des Trimagischen Turniers getroffen hatten. Hermine vermutete schon damals, dass sich die beiden nähergekommen waren. Das freut mich, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, wir freuen uns alle. Nun sollten wir mal langsamer gehen. Je eher wir im Zug sind, desto eher bekommt ihr ein eigenes Abteil. Danke, Remus, wir sehen uns. Mit diesen Worten rauschte Molly Weese wie der Hogwarts-Express persönlich aus der Wartehalle. Ron lachte aber nur so lange, bis ihm Jenny böse anstarrte und ihm mit ihrem Ellbogen in die Rippen stieß. Hermine schüttelte verständeslos den Kopf. Ähm, also ja, Molly hatte recht, wir sollten gehen. Danke, Remus, bis bald. Kommt, Kinder, wir warten draußen. Arthur gab dem Wehrwuf die Hand und führte Ginny, Ron und Hermine aus der Tür. Bill schlug den Wehrwuf freundschaftlich auf die Schulter und folgte seinem Vater. Harry und Lupin blieben zurück. Der Wehrwuf zog den Gryffindor in seine Arme. Versprich mir, dass du keine Dummheiten machst. Halt dich an deine Freunde, okay? Ach, und grüß deinen Vater von mir. Harry nickte und umarmte den Älteren noch einmal fest. Dieser küsste ihn auf den Kopf und lächelte. Harry ging zur Tür, drehte sich noch einmal um und hob die Hand zum Gruß. Vor der Tür warteten seine Freunde und die Weasleys. Sein Koffer hatte Arthur Weasley bereits wieder vergrößert und auf ein Gepäckwagen geladen. Oben drauf trunte nun Hedwig. Nun kommt, es ist bereits kurz vor halb elf. Molly lief voraus. Die anderen folgten ihr. Harry lief zwischen Ron und Hermine. Ginny lief hinter ihren Eltern und der älteste Weasley bildete die Nachhut. Was hatte eure Mutter denn? flüsterte Harry Ron zu. Der zog die Schultern hoch. Sie mag Fleur nicht besonders. Das mit der Verlobung weiß sie erst seit gestern. Sie war nicht besonders begeistert. Flüsterte Ron zurück. Ginny drehte sich zu ihrem Bruder um und funkelte ihn böse an. Ginny mag sie übrigens auch nicht. Flüsterte nun Hermine. Doch ehe Harry noch weiter nachfahren konnte, standen sie schon vor der Mauer, welche den Zugang zu Gleis Neuintreviertel verbarg. Arthur und Molly Weasley sahen sich kurz um und gingen dann zusammen mit Ginny hindurch. Harry, geht zusammen mit Ron. Hermine und ich folgen euch. Will sah sich ebenfalls um und Ron fasste seinen besten Freund an der Schulter und verschwand mit ihm schnell durch die Absperrung. Auf dem Bahnsteig warteten Molly und Arthur mit Ginny. Bis jetzt waren nur wenige Menschen hier. Einige aufgeregte Erstklasser standen neben ihren Eltern und bewunderten den scharlachroten Hogwarts-Express. Harry erinnerte sich gerne daran, wie er den Zug zum ersten Mal gesehen hatte, wie neugierig und aufgeregt er war und wie weit entfernt in diesem Moment sein elendes Leben bei den Dursleys war. Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als Ron ihn etwas weiter auf den Bahnsteig schob. Wir sollten uns schnell verabschieden, damit ihr eine Abteil ganz für euch bekommt. Molly Weasley trotzte Ginny und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Schnell umarmte sie Ron und auch Hermine, dann zog sie Harry in ihre Arme. Pass auf dich auf! Der Gryffindor nickte. Mach's gut, Kinder. Wir sehen uns an Weihnachten und Harry alles Gute und grüß deinen Vater von uns. Arthur nahm seine Frau in den Arm und hob die Hand zum Gruß. Will verabschiedete seine Geschwister und Hermine und dann trat er zu Harry. Es war schön, dich wiederzusehen. Ich, also Fleur und ich würden uns freuen, wenn du zu unserer Hochzeit kommen würdest. Mit deinem Vater natürlich. Danke, Bill. Wir kommen gerne. Alles Gute und viele Grüße an Fleur. Harry drückte die Hand des Älteren. Der Weasley winkte noch kurz, ehe sie wieder durch die Absperrung traten. Lasst uns gehen. Bald wird es hier voll werden. Ron stieg in den Zug. Harry, Ginny und Termine folgten ihm. Sie entschieden sich für ein leeres Abteil am Ende des Zuges. Harry ließ sich in den Sitz am Fenster fallen. Ron, der in den Ferien wieder gewachsen war, setzte sich neben ihn und schirmte ihn so gut gegen Blicke von außen ab. Harry blickte aus dem Fenster. Sein bester Freund hatte Recht behalten. Inzwischen tummelten sich viele Schüler auf dem Bahnsteig. Sein Herz machte einen Hüpfer, als er in der Menge Draco mit seinen Eltern entdeckte. Wie gerne hätte er sich jetzt aus dem Fenster gelehnt und ihm zugewunken. So aber verabschiedete sich ein deutlich niedergeschlagener Slytherin und stieg in den Zug. Im nächsten Moment öffnete sich die Abteitür und Luna mit Neville im Schlepptau trott ein. Im selben Augenblick setzte sich der Zug in Bewegung. Hier seid ihr also! Wir haben euch schon gesucht! Hi, Harry! Die blonde Ravenclaw lächelte Harry zu und setzte sich neben Ginny. Ähm, hey, Harry! Ähm, also hast du was mit deinen Haaren gemacht? Während Luna Harrys Veränderungen offenbar nicht weiter registriert hatte, sah ihn sein Zimmergenosse irritiert an. Hey, Luna! Hey, Neville! Ja, also es ist viel passiert. Es tut mir leid, dass ich auf keinen Brief geantwortet habe. Ich denke, ich muss euch einiges erklären. Schnell fasste der Gryffner die Ereignisse des Sommers zusammen. Wie schlimm die Misshandlungen waren und wie sehr er gelitten hatte, ließ er aus. Doch er sah deutlich, dass Luna ahnte, dass viel mehr dahinter steckte. Mann, Alter, das tut mir leid. Also, dass deine Verwandten dich in den Schrank gesperrt haben. Ähm, aber Snape... Ich meine, wie ist der so als Vater? Neville kratzte sich nachdenklich am Kopf. Er ist... Harry suchte nach den richtigen Worten. Er ist einfach mein Dad. Weißt du, also keine Ahnung. Er ist nicht so wie der Snape, den du kennst. Ich kann es schlecht beschreiben. Er ist total cool. Fiel ihm Ginny ins Wort. Er hatte eine Jeans an und er hat gelächelt. Unglaublich startete Neville Longbottom die Rothaarige an. Alle brachen in Gelächter aus. Mit Lachtränen in den Augen, sagte Harry. Erzähl das bloß niemand. Der hat Angst um seinen Ruf. Plötzlich sprang Hermine auf und zog einen immer noch schwer atmenden Ron auf die Beine. Mensch, Ron! Los, wir müssen unseren Rundgang machen! Ehe sich der Rothaarige versah, findte sie ihm sein Vertrauensschülerabzeichen an das Shirt und zog ihn aus dem Abteil. Auch Ginny verabschiedete sich kurz, um ihre Klassenkameraden zu begrüßen. Neville rutschte auf, um Harry vor Blicken zu schützen. Dieser sah zur Tür, als im selben Moment Draco daran vorbeilief. Er schaute kurz ins Abteil, sah sich nach allen Seiten um und lächelte Harry schließlich zu. Im nächsten Moment war er auch schon wieder verschwunden. Thorsten lehnte sich der Gryffindor in seinem Sitz zurück. Luna beobachtete ihn ganz genau. Wie geht's denn, Draco? Wollte sie unvermittelt wissen. Harry wurde leicht rot, was die junge Frau lächelnd registrierte. Ähm, gut, also, denke ich. Ähm, wie waren denn eure Ferien so? Wechselte er schnell das Thema. Bis es langsam Abend wurde, vertrieben sich Harry, Ron, Ginny, Hermine, Neville und Luna die Zeit mit Reden, Lesen und Koboldstein. Ich denke, wir sind gleich da, sagte Hermine irgendwann. Harry sah aus dem Fenster und erkannte in der Ferne die Lichter des Bahnhofs Hockseed. Wir sollten unsere Roben anziehen und möglichst als erste den Zug verlassen. Dann sind wir in der großen Halle, ehe alle anderen da sind. Ron warf sich bereits seine Robe über und sah zu den anderen. Gute Idee, los, wir werden schon langsamer. Ginny war als erster an der Abteiltür. Schnell folgten die anderen und noch ehe der Zug richtig gehalten hatte, waren sie bereits auf den Bahnsteig gesprungen. Dabei wäre Neville, der als letzter sprang, um ein Haar kopfüber auf den Stein gelandet, wenn nicht zwei riesige Händen ihn aufgefangen hätten. Strahlend sah Harry nach oben und sah in die tränennassen Augen von Hagrid. Untertitelung des ZDF für funk, 2017